schatz ich war hat was heißt ich war das bringt nix du kannst du nachher kommen oder das brauchst du nämlich zur not mit das war das verkaufen will und das verkaufen ok dann gebe ich lauf los haben nur 15 minuten ich weiß nicht ob man den packen in 15 jetzt habe ich war nicht mit absicht dass ich die wespen mit dem ich will das eigentlich schlosser folge verloser der fährte ist fertig ist jetzt alles auch nur bloß geenglisch haben wir das eigentlich schon mal probiert mit dem 30 packen normal brauchen wir 20 25 müssen mit alle tricks schaffen die komiker er kommt gleich bis der bloß kommt habe ich kennst dabei das können wir haben donner schlagt sonder sonder die hessen das ding überhaupt was ich da ausgerüstet habe ein bisschen das ich vergesse es ist schon die ablos die abloser abla die zeit bleiben da jetzt das ist das dann 15 minuten lassen die fünf minuten das tier durch die gegend fliege das ist die arme ich musste nun er kommt da nicht rufen ist vier die australien die toll muss ich den markieren erländert sein name ist erlander jawohl mit brüller mit brüller monster jetzt ruft was geht hofft gerlinde bestraft neu mit sagen musste bei monstern so mache ich mir jetzt nur weiter so nachher jawohl jawohl neu mit fresse neue das tut mir scharf wenn ich vor die kristalle explosion rand losballern ich will kürzen ausrüstern die weiße scherben die grundverkehr dass man nicht weg sieht rums noch mal rums und rams und rums und was guck mal habe ich schon rams ja noch nicht bleibt doch stehen legen flach galinde hopp galinde legen noch mal hier das müssen wir jetzt runter das ist wirksam also unwirksam ich komm doch nicht raus her jetzt gelinde neu ach komm her auf du Misti ich komm doch nicht in die Waffe stehen aufstecken jetzt das war sekunden zu spät Schatz ich muss jetzt zwei Sachen machen ich muss ihn aufgreifen und das bringe gut ach ist der blitzschnell der ist so schnell so ich so ich so ich ich Minute Freunde, das müssen wir schaffen, das wird dann eine Haare weiter, aber. Gut, das bringt uns gar nicht, von der Wind ist gar nichts. Wup! Egal, wie oft fängt der? Ach, guterleid, 10 Minuten noch. Okay, komm, komm, bleib stehe. Warte mal, wo ist denn mein, wo habe ich denn das jetzt? Versteck ich? So, jetzt schleif, hopp, zack, zack, entschliff und schack. Und gut ist. Boing, bing. Warte mal. So, ein kleines Schlückchen von dem edlen Gebräu. Noch mal drauf, ich will. Oh. Was ist denn jetzt, Gerlinde? Oh, wir haben den Benommenheitsding. Hä? Schneeball, machen wir was? Ach, Gerlinde. Kubikerin. Ja, und ihm. Ja, ja, Schatz. Wo fliegt er denn hin? Super, klasse. Die können uns gar nichts hier. Die können uns gar nichts, Schatz. Nichts können die uns hier. Ja. So, die räuchte aber bestimmt. Oh, das war blöd. Was hat der da jetzt? Ach, nett, Gerlinde. Nett, 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 nett. Wir haben doch keine Zeit, was so spielt. Ja, ich will den Char. Freunde Booster. So, komm, ja. Großer. Wir müssen ausgestrauffen. Ich habe sie. Ich falle aber jedenfalls. Oh, das will man auch. Oh, das war mal, ja. Das ist ein Treffer. Wir fehlen die Worte. Oh, das wird schon wieder irgendwo steht. Wenn man denn jetzt nicht entweder legt man oder mehr. Oder er muss in zwei. Ja. Ich muss gucken, wie vorgegangen wird das ist. Geh doch mal da raus. Das ist der scheiß Brühe her. Oh, das ist der scheiß Brühe her. Oh, das ist der scheiß Brühe her. Und alles wieder wieder. Und wieder durchgeduld. Geh doch mal. Oh, mein Gott. Gelinde. Wir haben den grünen Scherf jetzt. Wir können keine Rechte mehr aufbauen. Jetzt. Geh doch mal, Gelinde! Geh doch mal. Geh doch mal! Du dich doch mal! Geh doch mal! Der ist jetzt voll im... Achtung Schatz, gib die da... Ach, super Schatz! Achtung, guck! Das schaffen wir nicht in 15 Minuten, das gibt's nicht? Bleib liegen! Nee, du nicht! Ich hab' die Gefühle, ich hab' die Gefühle. Er liegt, Schatz! Ich probier' alles! Ich weiss nicht was, aber ich probier's! Ich mein' nicht! Was soll das bedeuten? Bis die bloß mal Luft steht, ja? Das ist egal. Nee, das hat keinen Sinn. Wenn du da jetzt rumjommst. Wenn der jetzt nicht in so ein Ding... Da fliegt raus, so, ja. Das langt uns nicht, ja. Scheiße, Herr Schatz, das langt uns nicht. Scheiße, Herr Schatz, das langt uns nicht. Haben wir nicht genug Schade gemacht, dass man... Ähm... Der geht jetzt erst durch. Reicht nicht, ja. Wo ist denn der jetzt? Okay. Er bringt nichts mehr. Ach gut, der los ist doch, kein Linde! Ja... Der Linde los ist einfach mit dem Brinker. Rundle auszieht doch gar nicht. Gott, der schrankt klar! Jetzt neu... Ja, der mag gar nichts mehr, der Typ klatsche! Der Humpel, Schatzi nachher, wenn er fliegt. Warte mal. Nicht fliegen. Hupp, Schatz, den schaffen wir. Nicht weglos hier, egal ob du stompst oder pompst. Der will schon wieder hoch. Scheiße, du Drecks hier. Oh, jetzt wirds eng, Schatz. Ja, trink was. Ein blöder Gebiet ist er jetzt hier. Scheiße, der Humpel ist schon wieder. Der will schon wieder weg. Warte mal, der fliegt doch lieber jetzt. Reise, das reicht nicht, Schatz. Schade, ja. Das ist noch zwei Minuten, du misst man jetzt draußen. Was macht er? Bis wir da hier gerennt sind. Ja, wir probieren es trotzdem, Schatz. Bombe neu und dann einfach drauf hauen. Oh, Scheiße. Da liegt sich doch auch noch ein? Achso, ja. Okay, macht er ja immer. Ja. Ich nehme jetzt keinen Rücksicht. Raus, hier. Der Fall, Schatz. Jetzt drückwäscher, was es zeigt, gell? Wir haben nur ein bisschen blaue Scherbe. Und dann treffe er. Ja, das war echt knapp. Schatz. Da hätte nicht mich viel gefehlt. das war da bin ich noch nicht klappt es ist fett sie irgendwas ich sehe fünf flut boxe oder der das traum wir brauchen dass es zeigen wir brauchen die lud los geld gelinter ist noch was nimmt dann mit was kannst holte bernstein ablagerung ich bin ganz nervös ok du wirst noch 20 sekunden du überlegst noch was was blaues schimmerndes im gebüsch am felsgrund das schaffst du schaffst zehn sekunden 9 genau reich fuß im erz ok wir haben was gebrochen aber nichts abschlagen doch wir haben was man wohl gemacht denn wir haben ausgehöhlt schatz es war heftig es gibt nicht viel oder sehe ich was ich sehe was zwei goldene sache warum nicht deshalb das schimmern der strom stein achtung wow hehlten strom stein klinge nee oder windresistenz juwelen schatz hiel strom stein axt mein erster das halte gewähl und krieger strom stein schwert das hat sich gelohnt schatz ok verlassen verlassen uns nicht wo wir gerne 100 endet reich ok aber dann machen wir einen cut macht's gut bis denne schALLEN sch law sch sch Untertitelung des ZDF, 2020